also einen schönen guten nachmittag zu diesem workshop personalisierung learning design und automatisierung mit moodle der offizielle titel war etwas anders allerdings habe ich das angepasst weil drei begriffe lassen sich leichter merken und aussprechen mein name ist christian glahn und ich präsentiere hier die ergebnisse aus dem letztjährigen digitalisierungs innovations projekt das wir zum thema individualisierung beziehungsweise personalisierung am departement life sciences und facility management durchgeführt haben ich möchte euch etwas mit theorie auch nerven weil wir haben nicht nur ein ein technisches konzept entwickelt und und sachen aus unserer basis überlegt sondern wir haben ganz klar auch ein didaktisches framework im hintergrund mit dem wir die arbeit im prinzip begründen auf deren prinzipien wir aufbauen und dieses modell dass ich hier gerade zeige dass ein aktivitätsmodell mit dem ich seit vielen jahren schon arbeite das besteht im wesentlichen aus drei teilen das ist der aktivitätsteil hier vorne der besteht aus drei hauptkomponenten prozessen interaktionen und der lernumgebung und das ganze kann sowohl online blendet als auch im reinen präsenzmodus stattfinden dann haben wir auf der rechten seite die outcomes die lernen ergebnisse die sowohl produkte sein können oder auch erlebnisse mit denen die studierenden die die studierenden generieren im in form unserer aktivitäten die wir vorneweg hatten und die ergebnisse fließen dann in ein lernportfolio ein dass wir dann mit hilfe von operatoren dann wieder zur auswahl neuer aktivitäten verwenden können das ist ein zyklus der von einer aktivität zur nächsten wandelt also eigentlich ist es kein zyklus sondern mehr eine spirale durch die wir unsere durch unsere didaktischen überlegungen auch hindurch leiten so und das ganze ziemlich viele boxen die man ausfüllen kann und in der praxis sind diese boxen meistens vorausgefüllt durch sogenannte learning design patterns die uns im prinzip schnell guidelines geben mit denen wir unsere didaktischen ziele formulieren können und aus der literatur haben im prinzip acht basis aktivitäten abgeleitet mit dem ich mal in der lage bin meine unterrichtskonzepte abzubilden das ist das empfangen das präsentieren das explorieren das erkunden das üben das erstellen das kreieren von ergebnissen nachmachen ist gerade meinem thema informatik und data science sehr wichtig diskutieren ist ein wichtiges element ausprobieren und experimentieren ist wichtig bei uns sowie das reflektieren über die lern erlebnisse stammt nicht von mir sondern das sind ergebnisse von verschiedenen gruppen erarbeitet wurden und weiterentwickelt wurden und wir übernehmen das hier einfach als muster die auf dieses komplexere grid angewandt werden können ok und in der praxis sieht das so aus dass wir diese muster im prinzip in moodle in einer form von lernaktivitäten aneinander ketten und diese lernaktivität wie werden moodle so schön hintereinander auf unserer kursseite präsentiert das können dokumente sein das können abgaben sein das kann test sein je nachdem wie wir unseren kurs gestalten und wenn wir von personalisierung reden dann meinen wir nicht so eine gerade kette die alle durchlaufen müssen sondern in unserem fall wäre eine personalisierung im prinzip eine verzweigung die einige unserer studierenden wählen können aus welchen gründen auch immer weil es zum beispiel einen reinen online modus bevorzugen weil sie bestimmte sitzungen nicht live mitverfolgen wollen und andere studierenden wählen halt den klassischen hauptstrang und bleiben quasi auf dieser kette hängen und dieses verzweigen das bezeichne ich hier als personalisierung und dem moodle sieht das leider nicht ganz so schön linear aus das können wir nicht sehen sondern wir müssen uns im prinzip etwas überlegen wie diese aktivitäten zusammenhängen und und eben in unserem patterns können wir dann sagen okay wir haben in moodle zum beispiel eine eine präsentation das ist so ein webinar wie jetzt wir haben eine ex erkundungsaufgabe für die studierenden da wo sie das recherchieren müssen und dann haben wir im prinzip aktivitäten die wir thematisch parallel organisieren können das heißt wir sagen okay erstellt etwas oder diskutiert etwas bzw diskutiert und erstellt in der anderen reihenfolge und diese aktivitäten stehen dann zur freien auswahl für die studierenden die sie wählen können und am ende sollen sie was präsentieren das wäre so ein typischer moodle workflow und im hintergrund können wir das noch weiter aus einschränken wo wir nicht sagen wir stellen einfach alle aktivitäten zur verfügung sondern wir sagen bestimmte aktivitäten sind nur für bestimmte lernergruppen zugänglich und das fällt in der theorie unter das unter das prinzip der sogenannten konzept adaptierung das heißt sie hat bestimmte themen die ich zuordne und ich habe im prinzip ein fluss durch diese themen die von einem thema ins andere wechseln und bestimmte themen können sich überlappen so dass aktivitäten und ressourcen die wir den studierenden zur verfügung stellen entsprechend verschiedenen themen auch zugeordnet sein können so dass wir quasi komplexere zusammenhänge so abbilden und dieses dieses schema bildet im prinzip das personalisierungskonzept in moodle ab deshalb zeige ich diese konzepte als visuelle darstellung bei moodle können wir das so nicht sehen das ist irgendwie hinter den einstellungen immer verboten also schauen wir uns mal an wie so eine art von personalisierung in moodle ausschauen kann also erst mal haben wir unser grundprinzip der lernaktivitäten in moodle inzwischen sieht das ein kleines bisschen anders aus von der auswahl aber wir haben hier verschiedene aktivitätstypen von aufgaben befragungen tests voren wikis irgendwelche dateien die wir hochladen und all diese aktivitäten und lernressourcen die können wir nach diesem prinzip der kontakt konzeptadaptierung personalisieren so dass wir bestimmte studierenden gruppen bestimmten ressourcen zugänglich machen können und das prinzip das wir haben ist in den aktivitätseinstellungen verborgen das relativ weit unten auf der einstellungsseite also immer wenn wir eine neue aktivität erstellen da kommen wir auf so eine einstellungsseite und ganz unten gibt es meistens zusammengeklappt so ein feld das nennt sich voraussetzungen und aktivitätsabschluss der ist manchmal an manchmal aus und darüber können wir im prinzip regeln für den aktivitätsfluss definieren und wenn wir das gilt angucken dass ich vorher gezeigt habe dann bewegen wir uns auf der ganz linken seite und definieren im prinzip voraussetzungen das sind hier als prerequisites bezeichnet und dann haben wir abschlusskriterien completion value grading bewertungsregeln mit denen wir im prinzip den abschluss einer muss einer aktivität definieren und das ganze wird über operatoren gesteuert und diese operatoren sind in moodle im aktivitätsabschluss und bei den voraussetzungen versteckt und wir gucken uns das gleich noch mal ein bisschen im detail an und die arten von operatoren und das ist jetzt wichtig die uns moodle bereitstellt die stammen aus einer spezifikation die sich so schön ams learning design nennen die kein mensch mehr kennt allerdings hat model im prinzip diese ganzen konzepte diese operatoren die wir heute in moodle finden aus dieser spezifikation mehr oder weniger übernommen allerdings hat als das problem dass wurde viel mehr kann und wir viel mehr didaktisch machen können und wollen als eines learning design und wurde uns erstmal zur verfügung stellt also schauen wir uns an diese operatoren ausschauen wenn wir auf voraussetzungen hinzufügen können wir regeln hinzufügen nachdem wir eine aktivität freischalten das kann aktivitätsabschluss einer anderen aktivität sein das heißt ich gebe etwas frei nachdem eine aktivität abgeschlossen wurde zum beispiel dass studenten erst mal eine übung lösen müssen etwas abgeben müssen und erst dann erhalten sie die referenz lösung freigeschalten das würden wir über den aktivitätsabschluss realisieren dann können wir sagen okay über startung können wir das noch freigeben und jetzt wird es interessant wir können auch über bewertung und gruppenzuweisung die zugänglichkeit von lernmaterialien neuen aktivitäten steuern und das macht es uns möglich dass wir interessens basiert oder leistungs basiert personalisieren indem wir zum beispiel leuten die sehr sehr gut in unseren kursen unterwegs sind bestimmte herausforderungen stellen mit denen sie an denen sich abarbeiten können wo sie noch mal reflektieren können und schritt weiter gehen und teilnehmenden die eher schwierigkeiten haben oder nicht ganz so schnell oder asynchron unterwegs sind dass wir denen andere materialien zur verfügung stellen können damit sie quasi den anschluss nicht verlieren oder noch mal nachhilfe aufgaben zur tieferen reflektion kommen und ein tool das ich sehr intensiv benutze ist dass der gruppenzuordnung und jeder von euch der schon mal und jede die schon mal gruppenzuordnung im moodle manuell gemacht hat die sagen oh gott das hat furchtbar formen der personalisierung weil da habe ich als dozentin und als dozent super viel arbeit weil die ganz gruppen manuell zuordnen muss das kann ich nicht automatisieren dann gibt es noch zu weitere zugrufsregeln und nutzer profil die ich definieren kann allerdings dort kann ich sagen okay leute mit einer bestimmten e mail die bekommen bestimmte materialien und dadurch dass unsere leute alle auf zhw enden gibt das nicht wirklich viel her für uns okay aber wenn wir das anwenden dann können wir solche personalisierung realisieren zum beispiel indem ich sage ich habe hier bestimmte informationen wie zum beispiel die raumzuordnung und ich habe die raumzuordnung dann über gruppen organisiert zum beispiel dass die montagsvormittags gruppe die muss in den raum rt 37 und die montags nachmittags gruppe in den rt 41 und so weiter dann für die prüfung gehen und die studierenden wenn sie in der jeweiligen gruppe sind sehen die raumzuordnung dann entsprechend in ihrem moodle kurs und die anderen zuordnung eben nicht und das ist etwas was es was die personalisierung sehr charmant macht und wir können das natürlich dann für unsere lernprozesse entsprechend weiter ausbauen und sagen okay leute aus der montagsvormittags gruppe die bekommen eine andere aufgabe als sie zum beispiel am dienstagnachmittag ganz einfach damit wir das schummeln auch ein bisschen schwieriger machen dass die lösung nicht einfach weitergereicht werden können und so weiter und so fort also das können wir über solche gruppen zu ordnung machen so und jetzt kommen wir zu den operatoren die gibt es nämlich auch für die abschlussbedingungen dass ich sagen kann für bestimmte arten von aktivitäten gibt es bestimmte regeln nachdem eine aktivität abgeschlossen werden kann also nicht nur dass wir die aktivität zugänglich machen sondern auch den abschluss automatisieren können und dort gibt es die möglichkeit dass wir sagen okay wir schließen ab wenn alle bedingungen automatisch erfüllt sind also die studierenden alles erfüllt haben was wir vorher definiert haben zum beispiel dass sie sich die aktivität angeguckt haben und dass sie eine bei einer abgabe zum beispiel eine lösung eingereicht haben müssen und dann können wir diesen abschluss verwenden als voraussetzung für folgeaktivitäten um unsere teilnehmenden entsprechend weiterzuleiten der nachteil von diesen operatoren genau wie von den bei den voraussetzungen ist dass uns moodle nur wenige operatoren bereitstellt nämlich genau die die hier gezeigt werden jeweils für die aktivität und wir haben für uns keine möglichkeit diese operatoren didaktisch zu erweitern weil wir ein bestimmtes ein bestimmtes bild vor augen haben macht uns das moodle nicht wirklich leicht unsere didaktik entsprechend in diesen voraussetzungen und abschlusskriterien zu formulieren sondern wir müssen das hernehmen was uns moodle gibt das ist die ausgangsbasis mit der wir gestartet sind und haben uns überlegt okay weil wie können wir unsere arbeit erleichtert und das ziel ist dass wir moodle didaktisch erweitern wollen und dafür haben wir ein moodle autopiloten gemacht der nämlich unsere arbeit die wir als dozenten in moodle durchführen würden in form von skripten automatisiert das ganze ist ein kleines open source projekt das findet man auf github nennt sich moodle autopilot und auf der nächsten seite habe ich den link zu dem entsprechenden repository und der moodle autopilot hilft beim automatisieren der kursmoderation durch skripte durch von skripten durch skripte in form von didaktischen intentionen das heißt wir formulieren im prinzip den kursablauf wie wir uns das didaktisch vorstellen das ist die überlegung die hinter diesen moodle autopiloten steckt und das ganze soll unabhängig von moodle sein hat das heißt dass wenn unsere it das moodle system updated dann wollen wir nicht dass unsere ganze didaktik plötzlich nicht mehr funktioniert das macht keinen sinn das heißt unsere didaktischen arbeitsschritte müssen unabhängig von der moodle installation sein moodle gibt uns dafür ein super cooles tool das heißt wir müssen nicht it fragen ob sie uns was aufschalten oder nicht auf schalten sondern es gibt eine funktion die nennt sich moodle api und die gibt uns im prinzip eine automatisierungs möglichkeit mit der wir auf das moodle system zugreifen können und dann automatisch bestimmte aktionen wie zum beispiel alle abgaben automatisch auf unser laptop herunterholen wenn sie hat reinkommen direkt auszuführen ohne dass wir den web browser starten und in die kurse hinein navigieren müssen und überall im detail nachschauen und der große vorteil ist dass unsere it uns eigentlich nur diese schnittstelle für unsere dozierenden funktionen zur verfügung stellen muss und jedes mal wenn sie ihre system updates ausführen können wir unsere didaktiken unsere didaktischen skripte weiterverwenden und die it muss sich nicht gedanken machen über irgendwelche kompetibilitäten von irgendwelchen plugins die sie auch noch installieren müssen und das ist sehr praktisch weil jedes mal wenn unsere kollegen von teaching and mentoring irgendwas installieren müssen dann bekommen die und die gleich mal panik attacken und das wollen wir natürlich nicht so das konzept des moodle autopiloten ist im wesentlichen durch drei größere it projekte oder programmieren systemverwaltungsprojekte inspiriert das eine ist ansible ist eine große system automatisierungsplattform und systemwartungs automatisierungsplattform die man für die massenverwaltung von computern verwendet gitlab workflows beziehungsweise das konkurrenzprodukt github actions das sind automatisierungsmöglichkeiten mit dem ich arbeitsschritte automatisieren kann die sehen zum beispiel so aus ja ich habe hier ein ansible workflow und dort habe ich ein paar metadaten oben dran und unten drunter habe ich hier jetzt zum beispiel den typischen administrations workflow wenn ich ein linux system habe dass ich immer meine aktuellen system updates auch eingespielt habe das kann ich automatisieren und das läuft dann irgendwo im hintergrund für alle meine server in der nacht wenn ich das haben möchte so sieht etwas für ansible aus und in form einer github action sieht es etwas anders aus aber wir sehen hier ein wiederkehrendes muster dass wir irgendwie so eine einrückung haben mit denen wir im prinzip hierarchisch bestimmte konzepte bündeln können und hier haben wir ein konzept das wir für unsere moodle für unsere moodle autopiloten damit übernommen haben ja nämlich wir haben jobs und diese jobs bestehen aus arbeitsprozessen und diese arbeitsprozessen haben arbeitsschritte und diese arbeitsschritte benutzen irgendwelche externen tools so das sind auch unsere konzepte die wir für den moodle autopiloten verwenden nämlich workflows die wir als dozenten zur moderation machen und die aktionen die wir machen würden wenn wir unsere konzepte durchführen so und wie sieht so ein workflow aus ich habe hier einen ganz einfachen workflow die gruppen einteilung in unseren moodle kursen aus einer excel tabelle heraus einzuspielen sei sie habe eine excel tabelle die ich von irgendwoher bekommen zum beispiel von unserem evento und ich möchte die in meinem moodle kurs hier auf dem unserem test server dem moodle test server möchte ich einspielen und jetzt sage ich okay was ist mein arbeitsschritt um das manuell zu tun ich gehe her ich gehe in meinem demo kurs zum beispiel hier der der sich fiffi nennt und den hole ich mit der der kurs mit der kurs aktion wo ich kann ich den auf den zugreifen und dann nachher darauf zugreifen und das hier ist eine einfache aktion die ich mache und das entspricht im prinzip dem wenn wir in unserem wenn wir das moodle starten und uns angemeldet haben wenn wir auf dem dashboard unseren kurs auswählen in den wir möchten ja das ist das gleich der gleiche arbeitsschritt und dann kommt etwas was uns wurde nicht automatisch zu bereitstellen nämlich dass wir die gruppierung aus einer excel datei einlesen möchten und diese gruppierung diese zu gruppen zuordnung die sollen in diesem kurs den wir hier oben erstellt haben eingefügt fügt werden und hier unten sagen wir okay woher nehmen wir die information nehme ich aus unserer excel datei welch in welcher spalte steht die gruppen zuordnung die steht in der gruppen spalte und in welcher spalte steht die e mail dass wir wissen welcher teilnehmerin oder welcher teilnehmer gehört in welche gruppe die steht in der spalte e mail und mit dieser information erstellen kann diese aktivität und alle gruppen die dort definiert sind in dieser excel tabelle automatisch in den kurs erstellen und die teilnehmerinnen und teilnehmenden entsprechend zuordnen und das ist ein ganz einfacher workflow der startet hier mit workflow hat zwei arbeitsschritte und diese arbeitsschritte bestehen eben aus diesen zwei aktivitäten die es machen zurück so eine aktivität kann aus einer notiz bestehen in dem wir einen namen geben und sagen okay was machen wir mit diesen mit dieser aktivität damit wir besser lesen können wie unsere workflow funktioniert dann haben wir einen operator das ist das was im grid unten links stehen hatte das ist hier in dem fall der kurs auswahl operator und dann diesen operator können wir parametrisieren indem wir sagen okay welchen kurs wollen wir auswählen so und dann wiederholen wir das ganze mit anderen parametern mit einer anderen aktion einen anderen operator den wir hier verwenden und der heißt dieser andere operator heißt in unserem fall grouping vom excel so ein konzept was wir auch noch haben können wir können nämlich auf aktionen die wir vorher gesetzt haben in unserem arbeits arbeitsprozess können wir zurückgreifen durch referenzen indem wir sagen in welchem kontext passiert diese aktion und die passiert in dem kontext dieses kurses und dann verweisen wir auf die id des kurses die wir vorher ausgewählt haben und so können wir sagen ich möchte zum beispiel zwei kurse auswählen und die gruppierung oder die teilnehmer aus dem einen kurs in den anderen im anderen kurs übernehmen das ist eine typische aufgabe die wir in komplexeren modulen haben zum beispiel dateninformation zwei wo wir empirische forschungsmethoden und statistik haben in empirischen forschungsmethoden arbeiten die studierenden gruppen zusammen und wir möchten die gruppen zwischen den zwei unterkursen nämlich statistik und info empirische forschungsmethoden wollen wir synchronisieren und das können wir mit moodle im augenblick nicht und mit so einem workflow könnten wir dieses manuelle kopieren komplett automatisieren indem wir sagen okay nimm die gruppen aus dem einen kurs und schreibe sie in diesen anderen kurs hinein so damit haben wir unsere wesentlichen konzepte und können uns jetzt mal so eine etwas komplexere zuordnung von gruppierung uns anschauen für die personalisierung und zwar habe ich hier jetzt einen eine aktivität habe ich metadaten gebe ich einen titel dort gebe ich immer einen titel ein was meinen meinen arbeitsprozess macht und dort sage ich okay in diesem fall möchte ich im prinzip die leute super gut in einem test waren in der abgabe waren die möchte ich einer einer highflyer gruppe zu weisen die bestimmte andere aktivitäten dann in moodle vorkonfiguriert bekommt und das kann ich nicht einfach in moodle machen wenn die aktivität kein test ist das das ist wirklich ein handicap im moodle im moodle wenn ich eine abgabe habe dann kann ich nur eine bewertung auswählen aber ich kann nicht sagen wenn leute ein bestimmten eine ein bestimmtes ergebnis erreicht haben dann kommen sie in diese gruppe das ist so ein kleiner nachteil hier habe ich wieder meine kurs auswahl ich wähle mir das entsprechende die entsprechende abgabe aus assignment ist die aktie die aktion entsprechend der moodle aktivität ich gebe hier eine idea eine referenz auf die zugreifen möchte zurück nämlich das test hat nummer eins dieses test hat muss eben unser moodle kurs den wir ausgewählt haben ausgewählt werden und dann sage ich noch wo die aktivität in unserem moodle kurs dieses test hat findet und das ganze hat den aktivitäts namen test hat nummer eins also und das ist sehr hilfreich wenn ich mehrere abgaben in meinem moodle kurs habe dann geht es hier weiter jetzt kann ich hergehen und sagen in meinem moodle kurs möchte ich eine gruppierung hinzufügen und kann jetzt neue voraussetzungen definieren die mir moodle selber nicht gibt ich kann nämlich sagen okay wenn in meinem testtat nummer eins meine teilnehmerin oder mein teilnehmer den ich gerade unter der an der hand habe eine bewertung von größer als 50 punkten bekommen hat dann kommen diese teilnehmer in diese spezielle gruppe und können dann wieder über die gruppenvoraussetzungen von moodle selber entsprechend neue aktivitäten zugewiesen bekommen und diese art von zuweisungen die können wir mit moodle nicht machen in der benutzer oberfläche sondern müssten das jeweils manuell durchführen und diese manuellen arbeitsschritte die kapsel ich quasi in diesem kleinen workflow script damit ich das automatisch auswerten kann und durchführen kann und damit mir nicht so viele gedanken machen muss wann leute in welche ressourcen hineinkommen oder mir ein zeitfenster am abend reservieren muss damit ich meine teilnehmerinnen und teilnehmer entsprechend in die gruppen zuweisen ja das geht schon wegen unseren zwei kommand drei stunden leer pensum schon überhaupt gar nicht dass wir bei großen klassen so was manuell machen können und damit bin ich am ende meiner kleinen präsentation und wir haben noch glaube ich zehn minuten für etwas diskussion mit euch und ich gehe hier zurück in den workflow dass ihr das wieder sehen können genau und die frage die von patrick kommt es wie verhält sich diese gruppierung aus dem excel datei wenn wir es mehrfach aufrufen also zb einmal am montag einmal am mittwoch und unterwegs hat sich diese excel datei geändert und diese aktion soll genau dem prinzip was will ich eigentlich erwarte ich eigentlich als dozierende wenn sich eine excel datei mit meinen kopierungen ändert und ich würde mir erwarten wenn ich sie die aktion montags aufrufe und die aktion am mittwoch aufrufe und unterwegs hat sich irgendwas geändert dass diese änderungen entsprechend in meinem mode kurs abgebildet sind und genau so funktionieren diese aktionen dass genau diese didaktische intentionen die ich erwarten würde dass die leute entsprechend in den gruppierungen sich wiederfinden dass die dann entsprechend auch abgebildet sind und genau so funktioniert diese grouping from excel aktion ja also es wird dort ein status abgleich gemacht also es wird durch die teilnehmer liste von moodle gegangen und nachgeschaut ist die person in der entsprechenden gruppe ist die person nicht in der entsprechenden gruppe dann wird die person zugwiesen und wenn man mehrere gruppen zum beispiel hat durch komma getrennt oder so und eine teilnehmerin oder ein teilnehmer ist nicht mehr in der gruppe in der sie vorher zugewiesen war dann werden diese teilnehmerin entsprechend auch gelöscht christian thomas danke zunächst mal für die ausführungen was mich wundernehmen würde jetzt für die umsetzung in der praxis habt ihr da auch einen kleinen leerfilm wo man quasi dann einfach eins zu eins sieht wie macht wie bringe ich jetzt das skript wirklich in mein moodle rein wie mache ich das ganz konkret was habt ihr das was angedacht oder was was das charmante ist ich ja wir haben eine kleine anleitung wie man das macht im moment können wir diese anleitung nicht verwenden weil uns die it die api auf unserem produktionsmodel system nicht zur verfügung stellt zur automatisierung wir können das nur auf dem test server im moment durch spielen und was was man macht man holt sich einen kleinen schlüssel einen zugangscode der personalisiert ist zum beispiel für dich thomas und dann lässt du das kript bei dir auf dem laptop zum beispiel laufen ja und das heißt die was das teil macht es simuliert wirklich deine interaktion mit dem moodle system das heißt du bringst das kript nicht im moodle hinein sondern du sagst eigentlich mach das für mich was ich sonst eigentlich bin mit maus und tastatur machen würde okay also ein teil dessen ist jetzt die dieses lehr videos ist dieser workshop wo wir sowas also das heißt verstehe ich richtig im moment ist es noch nicht möglich die idee klingt sehr gut wenn ich toll im moment ist es noch mit nicht möglich aber ihr seid daran mit den verantwortlichen von model das hinzukriegen und wie ist da die stimmung schwierig ja weil sie müssen etwas freigeben was rechte beinhaltet und immer wenn irgendwo rechte steht dann heißt es datenschutz und it ist jetzt mal überhaupt überhaupt am sondieren ob sie ob sie das zur verfügung stellen müssen und da kommt dann miriam ins spiel dass sie im prinzip die kritische masse an den departementen sammelt dass wir die rechte bekommen damit wir den zugang haben im produktiv system dass wir zum beispiel wie andreas fragt wo bekomme ich diesen doben schlüssel her den bekommt man nämlich aus den einstellungen und wenn diese rechte nicht freigegeben sind dann sieht man diesen schlüsseln das jetzt abonnt es wie ja so es wir wie